Und dann herzlich Willkommen zur eventuell letzten Folge von Let's Achieve Slime Ranger. Das sind Kuhberries. Wir sind dabei nochmal ein paar Goldschleims einzusammeln. Haben wir auch schon den ersten. Und zwar fehlt mir nicht mehr viel, bis ich hier dann alles habe. Oh, hier gibt's Plots. Ach, halt nicht Plots, hier gibt's Pudels. Paddelschleims. Ich will jetzt eigentlich nicht vor seiner Nase ausfüttern, weil dann werden wir die ganzen Goldschleims direkt weg. Das habe ich im Blut. Das spüre ich. Also schießen wir von hier oben. Ich darf keinen verfehlen. Das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt... Perfekt. Da hinten ist gar keiner mehr. Okay. Und alles einsammeln. Wo ist das? Ja, Tavischlein. Ich schmeiß meinen ganzen Goldplatz in sowas. So, das sind wieder 31. Kann man schon fast wieder rechnen. 3000 sind zehn Stück. Dann sind wir bei 6000. 9000. 12.000. 12.000 ist schon fast 15.000. Das sollte reichen. Genau, 15.000. Wow. Das ist ein zufriedenstellendes Ergebnis an Goldplots, die ich hier aufsammeln konnte. Ah, da hinten ist sogar noch einer. Ja, und jetzt runterfallen. Das wär's. Wo bin ich denn hier? Da hinten. Ich muss hoch. Hoch, 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 hoch. Hoch, hoch, hoch. Karotten. Goldi, goldi. Gold, gold, gold. Gold. Goldschleim. Oh, goldschleim. Das musste noch einer sein. Das ist ein Pinklago. Da ist ein Goldschleim. Was macht der Pinklago hier oben? Noch ein Schleimschlüssel. Ich hab so viele davon Haare. Aber, da unten ist ein Goldschleim. Hier oben war doch der Teleporter zu einem Goldschleim-Nest. Also, da unten ist der Goldschleim-Lago. Dann ist hier oben noch einer. So viele Gold... So viele Gelde-Ginger... Hm, dann müsste ich ja tatsächlich schon im letzten Gebiet Gelde-Gingers sammeln. Ja, schmeiß die ganz weg. Genau. Die hat die einfach hier über die Welt geschickt. Oh, guck mal. Genau 70. Da unten ist er noch. Das war's wert. Ist hier noch irgendwo einer hingekommen? Nein. Uh. Nehmen wir das Ding hier noch mit. Ist nur noch halt zurückkommen. Nur noch halt zurückkommen. Nur noch halt zurückkommen. Ich find's schade, dass ich hier nicht alle Goldschleim-Lago. Dafür den hab ich zum Beispiel nichts mehr. Fällt mir auf. Gilded-Ginger-Only. Mach hier noch die Phosphor-Slimes mit. Ach, die Phosphor-Plots. Habe ich grad noch irgendwas gesehen? Nein? Gut. Dann... Ich kann von irgendwo rechts her. Hier. Hier sind auch die ganzen Paddle-Plots. Dann nehmen wir die nämlich noch mit. Nur zwei. Führt der hier noch irgendwo lang? Ha. Drei. Vier. Okay. Der Teleporter ist irgendwo rechts. Jetzt muss ich mich beeilen. Ich hab noch sechs Minuten. Ich wollte noch meine Farben aufräumen. Ähm... Komplett anderem Ende. Jetzt nicht mehr. Da ist noch der Teleporter. Perfekt. Fünf Minuten noch. Sollte machbar sein. Die Quotten sind jetzt auch allesamt überflüssig. Eigentlich nicht. Die hätte ich noch fürs Füttern können. Aber. 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 Das röm' ich gleich noch auf. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. 62.000. Guck mal. Jetzt kommen da noch. Sieben mal drei. 21.000 bei. Guck. 83.000. Machen wir noch die Paddelplots auf Max. Dann wollen wir noch die Katzenplots auf Max. Das ist alles, was fehlt. Das ist alles, was fehlt. Diese komischen, die ich nicht mag. So. Jetzt habe ich noch viereinhalb Minuten Zeit. 85.000. Das ist lächerlich. Sowas nennt sich ein schweres Achievement. Ich wüsste beim ersten Mal nur nicht, wie ich das angehen sollte. Das hat sich natürlich hier direkt geändert. Komm mal, hier können wir hier noch alles. Flapp. Flapp, flapp. Und das Schöne ist, sobald ich in vier Minuten aus dieser Welt verschwinde, weiß ich, dass es den Schleimseilen gut gehen wird. Denn ich habe Drohnen, die mit Wasser versorgt werden müssen. Na, ich habe nie was gesagt. Nehme auch das hier mit. Das Ding habe ich auch schon leer gemacht. Na komm. Auf die eine warte ich jetzt nicht. Ich kann ja gleich einfach nochmal zurückrennen. Nehmen wir noch hier die 18 mit. Oder waren es 17? 18. Da kommt gleich noch mehr. Können wir gleich wieder hinrennen. Dann haben wir hier noch 40. Mehr als 40. Reinstes Kinderspiel. Das ist gar nicht, warum ich dafür einen zweiten Anlauf gebraucht habe. Drei Minuten. Easy. Wir hatten mir gerade noch Plots verkauft. Jetzt bin ich wieder dran. 100.000 schaffe ich wahrscheinlich auch noch locker. Und jetzt gehen wir noch ins andere Gebiet rein. Oh, da fällt mir noch was ein. Da will ich dann auch noch hin. Gucken, ob es hier noch allen gut geht. Zweieinhalb Minuten Zeit. Euch scheint es noch allen gut zu gehen. Ihr habt ja auch keine Plots mehr liegen. Und 104.000. Was sag ich? Kinderspiel. So, das war hier. Und dann zwei Minuten Zeit. War das hier rum. Und dann... Ich finde es echt schade. Ich meine, hier war irgendwo eigentlich noch ein... Äh, egal. Ein Radiant. Slime Larjo. Eineinhalb Minuten verbleibend. Und ich bin da, wo ich hin wollte. Fast. Fast da, wo ich hin wollte. Da wollte ich hin. Und da gab es einen kürzeren Weg von der anderen Seite. Ich glaube, sie wollte nicht. Jetzt habe ich noch eine Minute Zeit. Den habe ich noch mitgenommen. Bling. Die nächsten 350. Ach, hier ist ein Slime-Portal. Ach komm. Nein, da brauche ich gar nicht durch. Und zwar... Wollte ich jetzt noch lang. Erstmal hier und wieder zurück. Ich habe noch 30 Sekunden Zeit. Jetzt bin ich schon hier hinten. Haha, hier ist auch noch eine. Mal gucken, wie viel ich noch finde. Ich glaube, hier war ich. Oder? Ich finde hier auf jeden Fall noch eine Lampe. Rush Plot Master. Da ist es. Jetzt habe ich gar nicht mehr mitgekriegt, wie die Zeit abgelaufen ist. Schade. Ah, ist das schön. Ist das schön. Ein Final Score von 197.000. Warum nicht gleich so? Warum nicht beim ersten Mal so? Hier. Take Screenshot. Hätten wir es eigentlich anders erwartet. Damit hätten wir... Ja. Discoveries48. Ich habe sogar mehr Discoveries gemacht. Ja, damit wären wir am Ende meiner Reise. Ja, stimmt. Hier war ich noch so auf Gold versessen. Und... Ich hoffe, euch hat... Haben die letztes Schieß von Slime Ranger gefallen? Wir sind jetzt... Ja. Das ist meine... Alte kleine Welt. Da würde ich auch noch mal kurz reinschauen. Mein Rekord werde ich wahrscheinlich nicht versuchen berechnen zu wollen. Ach, guck mal hier. Wir können hier noch mal... Wir können hier noch mal Schleims jagen gehen. 150. Dann kriege ich davon ein Plus Eins. Genau, das waren diese komischen Geschichten. Auf was? Ich nicht direkt aufsammel? Ja. Ich muss immer schon die extra Zeit mitnehmen. Hier kann ich meinen Spark Shot wieder aufladen. Was habe ich da oben? Noch mal Spark Shots. Oh, der hat gesessen. Uiuiuiuiuiui. Das war lustig. Zapp, zapp. Zapp, zapp. Zapp. 25 Sekunden noch. Gehen wir doch noch mal mit einer Explosion dran. Nein, ein Slow Field. Das ist ja langweilig. Jupp, damit haben wir 55. 56. 58. 59. 62. 64. Und was haben wir da oben wieder? Irgendwas komisches. Und noch mal ein Scheiß-Law Field. Nein. Okay, wir haben 66 gesammelt. Gehen wir wieder raus. Na, da würde ich direkt wieder in eine neue Stage reingehen. 66 reichen aber nicht. Natürlich kriege ich da ein bisschen Geld von. Aber ich würde wissen, was noch passiert, wenn ich davon genug habe. Es sind noch 23, die mir fehlen. Ah, ich kann nur 12 Minuten Kühl down. Okay. Hm. Langweilig. Dann machen wir es noch ganz fix. Spenden wir hier noch mal einen Tag. Sleep until morning. Und dann gucken wir doch noch mal, ob wir die restlichen 23 kriegen. Mir ist gerade irgendwie danach noch ein bisschen Slime Ranger zu spielen. So eine kleine Endpart. Das ist jetzt frustrierend. Ich habe jetzt keine Lust, 12 Minuten noch zu warten. Okay. Dann, ähm... Pech gehabt. Hoffe ich doch sehr, dass euch die Folge gefallen hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Was auch immer das dann sein wird. Bis dahin. Schreibt, wie ihr Slime Ranger fandet. Auch, wir können auch mal über meine Party Musikstraße rennen. Ähm, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Slime Ranger Let's Achievements, Let's Achieves fandet. Und lasst doch, gebt dem Video auch gerne einen Daumen hoch. Folgt doch gerne meinem Kanal. Und ansonsten... Und dann würde ich sagen, bis dahin. Koraaiko out. Und dann würde ich auf верхhan Z!... Koraaiko out. Und dann würde ich... Vielen Dank.